Bhagavad-Gita, Vers 3.15 Die Veden, die vom höchsten persönlichen Gott geschaffen wurden, schreiben geregelte Aktivitäten vor. Folglich ist die eildurchdringende Transzendenz für ewig in Opferhandlungen gegenwärtig. Erklärung Yagyarta-Karma, die Notwendigkeit von Arbeit zur Zufriedenstellung Krishnas, wäre in diesem Vers noch deutlicher hervorgehoben. Wenn wir also zur Zufriedenstellung des Yagyapuruja-Vischnus handeln wollen, müssen wir die Anweisungen für das Handeln im Brahman herausfinden. Das heißt, wir müssen die transzentralen Veden zurate ziehen. Die Veden enthalten Gesetze, die uns sagen, auf welche Weise wir handeln müssen. Alles, was ohne die Anweisung der Veden getan wird, nennt man wie Karma, unautorisiertes bzw. sündiges Handeln. Man sollte daher immer den Unterweisungen der Veden folgen, um vor den Reaktionen auf sein Handeln bewahrt zu werden. Wie man nach den Gesetzen des Staates handeln muss, so muss man auch nach den Gesetzen des höchsten Staates, nach den Gesetzen des Herrn tätig sein. Diese Unterweisungen sind in den Veden niedergelegt, die direkt durch den Atem des höchsten persönlichen Gottes geschaffen wurden. Es wird gesagt, die vier Veden, der Rig-Veda, der Yajur-Veda, der Samaveda und der Atarva-Veda gehen aus dem Atem des erhabenen persönlichen Gottes hervor. Wie in der Pramasamita bestätigt wird, kann der Allmächtige Herr sprechen, indem er ausatmet. Denn der Herr hat die Allmacht, mit jedem seiner Sinne die Funktionen aller anderen Sinne auszuüben. Mit anderen Worten, der Herr kann durch seinen Atem sprechen, er kann mit seinen Augen befruchten usw. Und tatsächlich wird gesagt, dass er über die materielle Natur blickte und auf diese Weise alle Lebewesen erzeugte. Nachdem er die bedingten Seelen in den Schoß der materiellen Natur gezeugt hatte, gab er ihnen mit dem vedischen Wissen die Möglichkeit, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Wir sollten uns immer bewusst sein, dass alle bedingten Seelen in der materiellen Natur gierig nach materiellen Genuss streben. Aber die vedischen Unterweisungen sind so beschaffen, dass man unter ihrer Führung zuerst seine pervertierten Verlangen befriedigen kann, um dann, nachdem man seinen sogenannten Genuss beendet hat, zu Gott zurückzukehren. Das vedische Wissen bietet den bedingten Seelen die Möglichkeit, Befreiung zu erlangen. Deshalb müssen die bedingten Seelen versuchen, Yagyas auszuführen, indem sie Krishna bewusst werden. Selbst diejenigen, die den vedischen Anweisungen nicht folgen können, sollten die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins annehmen. Denn dann ist es nicht mehr notwendig, die vedischen Yagyas bzw. Karmas auszuführen. 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 Karmas auszuführen.